Moin Moin Crado Yana und herzlich willkommen zu World of Warships hier bei Team Crado. Da wo professionelles Gameplay erwartet wird und auch manchmal geliefert wird. Mit dem Kramalöchen. Ahol. In seinem langweiligen CV-Dreckscheiß. Und mit dem Nere. Direkt aus dem Bastelnladen. Die Klebe. Wuhu. Hi Nere. Wuhu. Wuhu. Ich drück auf keinen Fall Tab. Da muss die Leute sehen, was für die Teamaufstellung wir hier haben. Klebe, Klebe, Haaland versus Haaland. Versus Shima Shima Haaland. Das wird so grausig. Das wird so furchtbar. Aber die Super Yamato wird den Tag gerettet. Alles noch Work in Pogles bitte nicht vergessen. Ganz wichtig. Und der Konkur steht da hinten so halbwegs. Warum steht der da so halbwegs? Knack ihn weg. Feuer. War das jetzt nicht, dass ich auf die Haaland schieße, oder? Du hast vorhin noch gesagt. Die Leute schießen hier auf die, die sie nicht treffen können. Jetzt zeig doch mal, dass du treffen kannst. Feuer. Bevor ich die, die in Konkurrenten treffe. Alles da nehmen. Scheiße. Drecksrunde fängt schon an hier. Müll, alles. Hör auf, so zu reden. Oh Gott, Alter. Was kommt denn da gleich alles? Nicht abfackeln. Yes, der hat auch verfehlt. Ich will gleich weiter vorfahren. Doppel Schiemer hallern. Geht's noch schlimmer? Jetzt kommen hier gleich 95 Knoten-Torps. Gepaart mit 30 normalen Torps von den Schiemers. Oh Gott, oh Gott. Dann geht das. Kartenrand? Ja. Er brennt gleich. Nein, ich brenne nicht. Und auch diese Seife wird mich nicht abfackeln. Denn ich bin die Super Yamato. Super Yamato. Da fährt ein Kurfürst voll Breitseite, du. Volle Kanne Breitseite. Ja, das ist eine dicke, fette Inselfond. Und ich hab 8000 vom CV gefressen. Ja. Nööö. Hätt's ja ausweichen können. Ja, ein Mann trifft. Jawohl. Alad ist zu sehen. Wer ist mal bei deinem Team geblieben, Nere? Alad ist zu sehen. Macht kaum extra für uns auch. Gib alles. It's a very nice information. Ik wies. Ik wies. Ja, ja. Konnte ich leider nicht beschießen. Hätte ich gern gemocht. Nee, 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 nee. Nur so halb. Nur so halb. Und da kommt die Luftratte und greift mich an. Ist was so klar. Einer muss leihen. Und das ist natürlich die Super Yamato. Werde den getroffen? Kannst du mal runterkommen mit dem CV? Ich hab grad fast die Hälfte meines Lebens verloren. Wenn dir der jetzt nicht die Hälfte des Lebens abzieht, darfst du nie wieder über das CV machen. Jetzt klappt der Mieler 41.000. Ja, ja, war mindestens 8.000. Hast du überhaupt was gefressen? Ja, voll ein Pralinen. Ja, genau. Der hat eine ganz-familienpackung. Warum? Warum? Alter, was macht ihr unser Team? Was mach ich hier? Warum bin ich hier bei B? Hier. Anhand. Und da. Eine Schieber ist ganz rechts. Juhu. Ein Müll hier heut schon wieder, was die Leute sich zusammenspielen. AC-Angriff. Und beide um C rum und um A rum. Bloß nicht mal irgendwie angreifen. Wir haben keine D-Ds, die sicher stehen können. Was erwartest du? Niere, hier. Äh, du bist ja direkt hinter mir. Cap. Hier ist keiner. Da ist eine Smolent. Bin ich grad geschaut. Gott, Mann, der war da vor einer halben Stunde. Da ist eine Monty. TV kommt auch wieder her. Monty, guck, guck. Wenn die so viele D-Ds, wo sind die denn die alle? Vor allem, da ist keine Blub. Direkt vor uns geht eine Monty auf. Achtung. Bämst. Achtung, Flugzeugträger. Achtung. Teuer. Das sind bloß Flieger. Ganz alles in Ordnung. Flugzeugträger kommt nicht mehr flogen. So fühlt sich's manchmal an, als ob der seine Flugzeuge direkt auf einen raufwerfen würde. Bitte mal wie hier, oder was? Du sei ruhig in deiner Gammekisse, ey. Du darfst auch nicht meckern. Warum? In deinem CV. Denn du brockst uns hier die Hälfte der scheiß Runden ein. Oh, ein Quatsch. Wie viele scheiß Runden hattet ihr denn heute schon? Ja. Eine. Wie viele hattet ihr denn insgesamt? Zwei. Die Hälfte aller. Komm mal, Nere, wer ist mal in B reingefahren? Wie oft hat Krom TV-Spieler einmal? Meine Winrate wäre bei 100%, wenn Krom nicht TV spielen würde. Ah, so ein Quatsch. Mindestens. Vielleicht auch mehr. Meine geistige Rate wäre auch bei 100%. Du musst auch mal trinken, wenn man keinen Durst hat. Wenn die geistige Rate wäre, dreimal so hoch, wenn ich alleine fahren würde. Aber das ist ja was anderes. Oh Gott, Alter. Das ist drei Zwillingstürme. Ich hasse es. Yamato for uns. Was, Batman? Kannst du mal zeigen, wie super du bist? Ja, hab ich gerade. 2000. Volle Zahl. Dem hab ich. Der hat jetzt Respekt. Super Yamato. Bisschen höher halten. Ja, Shikishima haben sie ankündigt. Kommt für Stahl. Die ehemalige Yashima. Für alle, die sich gerade wundern, was ich hier gerade fahre. Daher, wer das ausführliche Hafenvideo etc. sehen möchte, wartet auf die Final-Stadt. Oder aber gibt einfach mal Yashima-Team-Krado bei YouTube ein. Habt ihr sofort unser Video. Abo da, da ist eine Glocke. Nein, Shikishima. Das ist Poletsk. Die Yamato krotzt mich total zusammen. Ich hab keine Schirte gegen die. Aua, Aua, Aua. Ist das übel. Was macht er? Oh, jemand, der wird hier lang. Was macht er jetzt geiles? Yamato, das ist gut. Mach weiter so. Ja, schieß doch raus, die Scheißschlacken. Bam, 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 bam. Bam, bam. 7-3 bloß. Ah, so ein Müll. Warum die Umbenennung? Yashima war zu ähnlich der Yashino, ne? Irgendwie sowas hatten sie gesagt. Yashino und Yahagi. Ja, mit den Namen, dass man dazu seht. Na, scheiße. Oh, God. Nein, 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 nein. Nein, nein. Er ist kein Wissen. Guck mal, wie als erstes gestorben ist von unserem Team. Das ist traurig. Und warum? Weil die olle Luftratte mich angegriffen hat. Ja, nicht klar. Jetzt hätte ich das überlebt. Natürlich, natürlich. Was ne Kackrunde, Alter. Hoffentlich verliebe das hier Haus hoch. Ja. Oh, Mann. Nö, das nicht. Hoffentlich. C ist komplett verloren. Wäre ich bloß nicht so dicht bei B da rangefallen. Oh, Mann, oh, Mann. Durch Smolens Tops. Hammer. Die ist nicht aufgegangen. Stellt euch das mal vor. Die ist nicht aufgegangen. Naja, 24 Treffer, eine Cita 60.000. Es ist schon ordentlich. Also, wenn man mit der trifft, es tut schon richtig weh. Ich glaube, wenn du mit der richtig eingespielt bist, Damage-Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube, im ersten Test mit der Yashima damals halt noch, da hatten wir auch weit über 100k an den Runden. Das war ja nur hier absolute Fehlrunde. Mal gucken. Zweite Runde. Das war nicht so doll. Ne. Fahrgleich noch eine zweite Runde. Den gewinnt jetzt erstmal diese erste Runde. Ja, na klar. Nö, können wir verlieren. Haus hoch. Hast du gerade gesagt, nö? Doch. Nö, doch. Nö, nö. Los, Schneere, Aqua-Knarre. Mach ich. Kratos wieder mit seinen 280 Meter langen Zerstörer-Cap gegangen. Ich war überhaupt nicht, doch ich war im Cap. Scheiße. Bin sogar im Cap gestorben. Aber wir hatten den Cap schon. Darum fanden die der mal außen rum. Das macht es nicht besser. Ne, ne. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ärgerlich. Dann doch lieber die Yamato. Die hat mehr Murmeln in der Luft. Ja, ich persönlich bevorzuge die Yamato auch. Ich bin aber auch kein Fan der Georgia mit ihren 3x2. Ich kann damit nicht umgehen. Das sind mir zu wenig Murmeln. Vielleicht halte ich dafür einfach zu schlecht vor. Aber mir geht da immer zu wenig rein. Bei der Shigeschima ist es angedacht, dass du weit hinten bleibst und schießt. Wegen der hohen Reichweite halt. Oh, da wäre down. So, komm. Fahr fix in Tod und nächste Runde. Was? Im Level, ich... Fahr nach vorne. Kannst nach vorne fahren. Das auf jeden Fall. Das ist eh verloren, Vanille. Ja, ja. Okay. Wir sehen uns wieder in der zweiten Runde. Da sind wir auch schon in Runde Nummer 2. Erste professionell überstanden. Stand natürlich, was die Stadts anging. Hier eine Endauswertung ganz oben. Hallo, Niere. Hallo. Nein. Total verkackt letzte Runde. Das ganze System war bescheuert. So. Jetzt aber. Helfe ich bei A? Ich helfe mal bei A. Komm, ich fahre bei A mit. Wobei ich bei C die schön wegballern könnte. Nee, komm. Da sind zu viele. Guck doch mal. Ich bin nicht dabei. Nee. Das ist doch die zweite Runde. Achso. Ich war schon dabei. Hallo. Der kommt jetzt in einem vernünftigen Schiff. Achja, guck Leute. Jetzt ist der kommt auch dabei. Letzte Runde war ja so eine Luftratte da. Und 5000 Konbons. Was ist besser? Yoshino oder Sandro? Kannst du überhaupt nicht vergleichen. Schlachtkreuzer versus Schlachtschiff. Schwierig zu vergleichen. Sandro. Hohe Reichweite. Soll auf hoher Reichweite auch sehr, sehr gut treffen können. Ach, Yoshino. Das sind beides geile Schiffe. Ich bin kein Fan der Sandro. Das wisst ihr ja. Aber die Yoshino, die ist hammergeil. Aber in den richtigen Händen, glaube ich, der ist das. Ich glaube, in den richtigen Händen der Sandro aber auch. Klar. Da ist schon einer. Guck. Warum spricht man von dem Scheiß? Klar. Gerade noch gelobt den Mist. Mist, Alter. Da kommt so eine ungetarnte Karre schon angeeiert da. Wisst ihr? Oh Gott. Gib ihm den Kram. Gib ihm. Gib ihm. Genau. Ich kümmere mich um die Henry. B wird gecappt. Ich kümmere mich lieber um die Kofürsten. Ich habe vollen Hammer daneben geschossen. Du hast einen vollen Hammer? Ja, den habe ich auch. Du bist voll der Hammer. Hammer. Das sowieso. Hammer, wie du aussiehst. Hammer. Hammer. Hammer, wie du abgehst. Hammer. Hammer. Nee, wird er gesungen. Phänomenal. So phänomenal. Das kennt er wieder nicht. Von der Borgene, Pietro, Lombardi. Ach Gott. Hau mir ab mit dem, ey. Die Fresse ist schon an sie. Moment, wir sind ja Influencer, ne? Yeah, Hashtag. Geiles Lied. Hashtag. Hashtag. Vor allem müssen die Influencer lügen. Oh, nö, alle. Die müssen doch nur ihre Meinung sagen. Genau. Hintewaschen. Stay home, Leute. Stay home. Duschen. Geh duschen. Auf Klo. Geh duschen. Leute. Vermehrt euch. Ich rieche was. Geht mal wieder duschen. Genau. Echte Gamer. Duschen nicht. Küst. Liebt euch. Küst euch. Boom. 1700. Und boom. Noch mal 1700. Boah. Liebe, Liebelei. Ich werde hier gemobbt von der Seite. Genau. Lieb sie. Lieb sie. Lieb sie heute Nacht. Komm, Glückwunsch ist nicht mit dir ganz... Was ist heute? Ein Gruß von Kro. Ich bin ein bisschen... Ein bisschen mirkulig. Der Onkyponky. Sie rätselt. Sie weiß nicht, wen ich meine. Das ist traurig. Ah. Danke. Bitte. Bitte. Er freut sich. Gleichfalls. Bitte Grüße auch von mir. Auch vom Nere Schöngru. Auch zurück. Ich freu mich. Sie freut sich. Nice Runde. Bisher. Ich fahr A1 an. So, ich dreh um. Wir müssen mal wieder hier richtig Schiffe testen heute, Leute. Richtig Schiffe testen. Ich hab die Reichweite. Also lass mich in Ruhe. Ich soll so fahren. Das Spiel... Wieder zeigen, was wir könnten. Genau. Mit der Shigi Schieber irgendwie gar nichts. Das war sehr egal. Ich war vor. Du bist auch der Einzige, der da noch lang fährt. Was machst du denn? 20 Knoten Geschwindigkeit. Was machst du denn? Ja, ich hab ein bisschen verstanden. Ich war ein bisschen abgelenkt. Ich war ein bisschen abgelenkt. Aber 10.000. 10.000, ne? Nein, 10.000, der da noch weg ist. Ich glaub... Jetzt verpissen sie sich alle, Alter. Ich glaub, die Runde kann sie gleich nochmal fahren. Die Runde kann ich gleich nochmal fahren. Okay. Komm, die Runde fahren wir gleich nochmal. Gut. Alle zurück auf ihre Positionen. Das ist auch geil. Mein einer, mein einer Divi-Partner ist bei B2. Mein anderer bei C2. Was willst du mir sagen, hä? Wer willst du... Das hört ja keiner an. Alter. Meine Geweide konnten zurück von allen Seiten. Müll. Müll, die... Was macht du denn die Idee denn? Was machen die denn hier? Sind die völlig mell, dass ich ja jetzt... Wieso hauen die denn ab? Alter. Richtig. Was machst du überhaupt da? Komm hierher. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, ich mach hier mal was Sinnvolles mit meinem Affenteam. Aber Affen sind ja wieder mal nicht gemeinsam stark hier. Oh. Okay, weg hier, weg. Und ich brenne nochmal. Also, klar. Alter. Okay. Ich fahr wieder zur A1. Okay, ich hab eine Mido neben mir. Tschüss. Alter. Ich kann hier überhaupt nichts mehr. Leider nicht. Leider nicht. Der Kufus wird sich auch gefreut haben. Der hat mir Sachen reingekloppt. Das ging ja überhaupt nicht. Ah, da ist er. Ich hab ihn. Schön komm, schön. Den Kartenrand hat er gefunden, meine Damen und Herren. So. 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 Schönen Gruß. Ich frag mich gerade, ob ich weiß, wo der Schuh anzieher ist. Mann, ich komm mal suchen. Nein, weiß ich nicht. Ist mir nicht untergekommen. Ich glaub ihm nicht, der hat gar nicht gesucht. Das weiß ich wirklich nicht. Wir haben keinen. Sag einfach, wir haben keinen. Wir haben gar keinen. Soll ich dir sagen. Schönen Gruß. Schönen Gruß. Wir haben keinen. Zurück. Schönen Gruß, Valere. Ja, auch schönen Gruß von mir. Ja. Oh Gott, Alter. Wie gesagt, am Anfang der Folge. Professional Gameplay. Hier wieder bei Team Grado. Hier seht ihr die Schiffe. So, wie sie wirklich sind, wenn ihr sie später spielt. Was anderes braucht ihr. What? Nichts kriegen wir. Nichts. Nichts, Alter. Nichts. Also, ich hab sie ja. 1700. Stark. Strunk. Sie sollten in ihrem Schrank oder Schublade mal gucken. Was ist das? Fack Scheiße hier, Alter. Der hat die Tür schon zugebracht. Geh doch weg. Mach doch eh keinen Unterschied. Oh Mann. Schönen Gruß von Gelland. Ja, genau. Von Elfin auch. Alle jetzt einmal durch. Ja, alle einmal durch. Schönen Gruß zurück. Ich freu dich. Sie freut sich, Schatz. Soll ich sagen. Leute, ach Leute. Alter, was ist das für ein Müll hier heute mit dem Schiff. Der Kufe ist der Klopp mir gefühlt hier mit jeder Salve 100k. Und nochmal. Nix. Du meinst den F, F, J. Ja, ja, der, ich kann jetzt nicht. Alter. Sensor und die Koffer, die Schiff. Jetzt bin ich nicht, dass sie so kacke aufgegangen ist. Mann. Alter, ich mach hier eine Scheiße. Was denn? Schönen Gruß. 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 So leicht. Boah, Alter. Habt ihr die böse Lache gehört? Ja. Alles ist auf Band. Auf Video. Ich glaube, wir nehmen gleich nochmal eine zweite Runde auf. Oder eine dritte. Ja. Die ist nie passiert hier, die Runde. Und ich brenne schon wieder. Ein Müll, eine Scheiße ist das hier heute. Die Hindenburg weicht aus, Alter. Ich glaube, Karadolide hat nochmal einen. Der Gruß. Das ist ein Müll mit diesen drei Zwillingstürmen. Ein Scheiß. Geh dann erstmal wegen dem Schuhanzieher. Das ist ganz wichtig. Brauchst du noch den Schuhanzieher? Nee, sie hat Schuhe an. Sie hat es allein geschafft. Ich wäre jetzt gekommen. Oh, ja. Er steckt Nudel raus. Er wäre gekommen. Die Schicke Schema liegt hier wohl nicht. Wie gesagt, mit diesen drei Zwillingstürmen hat mir noch nie Spaß gemacht. Genau wie letztens. Was war das für die Karadolide? Nicht die Wunde hier. Eine ründige Spiel. Ja, was war das? Die Idee war das, ne? Nee, wo die eins auf dem Fischer. Nein. Das wollte es nicht? Bier. Bier. Die will mein Bier. Ringe sind Bier im Küchschrei. Ja, ja. Aua. Leute, der Stream heute nicht eins zu ernst nehmen. Ja, bitte nicht zu ernst nehmen. Passiert auch nicht mehr viel heute. Wir haben noch nicht ein Schiff gekillt bei den Gegnern. Ja, total cool, Alter. Die sind hell. Die sind hell. Der Hype ist real. Mach das Licht jetzt aus oder ich drehe die Kamera. Drei. Zwei. Eins. Oh, 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 der Schrank ist schon drauf. Der Schrank ist schon drauf. Der Stuhl. Der Stuhl. Oh, oh. Hinterm Stuhl. Oh, oh, die Tür. Und sie rennt und rennt. Hammer Runde. Hat Spaß gemacht. So, hier mein Bibi, ich los. Hat es dir wirklich Spaß gemacht? Ja, ne? Können wir gerne auch mal so fahren. Hammer Runde. Mach mal Licht bitte aus. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Wir sehen uns wieder in Runde Nummer 3. Da sind wir wieder in Runde Nummer 3, meine Freunde. Professional Gameplay. Entschuldigt bitte die zweite sehr chaotische Runde. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Jetzt in der dritten Runde werden wir professional performen. Hier ist jetzt auch klar, wo ich hinfahre. Selbstverständlich links mitkommt, kommt auch mit. Und zusammen machen wir das. Niere in seiner Smarland. So, fuck, in seiner Smarland? Nein, gleich hörst du nur, wie es bei dir klopft im Hintergrund. Hallo? Weißt du eigentlich, wo das ist? Der Schuhe anziehen ist. Alter. Ich würde jetzt hier im Stadion stehen und die tausend Zuschauer, die wir gerade haben, die würden mir alle zugucken. Und dann kommt jemand auf die Bühne. Ey, Schatzi. Wo ist denn der Schuhe anziehen? Sie hat mir gerade so zwei Finger hingezeigt. Zack, ist sie da. Was ist? Zeigt sie mir im Mittelfinger. Ich weiß nicht warum. ADL, BMW. Was ist denn BMW? Du bist mir wichtig. BMW. Herzlich. Oh, warte, ich kann nicht auf was schießen. Blaus Auge. Ja. Nächstes Stream-Fach blau geschlagen. Du hast jetzt eine Minute und 30 Sekunden durchgehalten mit... Wir machen das jetzt alles professionell. Bis später, Schatzi. 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 Genau wie bei Wendler. Egal. Schatzi, ich leb dich so. Ich leb dich so. Bis später auch vom Galant und vom Essien. Aua, aua. Oh, da. Kremlin. Hier, ich treff was. Kremlin. Kremlin. Oh Gott, Alter. Ich kann überhaupt nicht mehr. Aua, aua. Jetzt konzentrier dich doch. Ah, genau. Ja, von Gaming hat es nicht gefallen, wenn die Schiffe hier vorstellen, wir stellen die jetzt anders vor. Genau. Völlig unkonzentriert, völlig scheiße. 1100. Du sagst doch gar nichts mehr zu den Schiffen. Nö. Du fährst die einfach nur noch. Ah, scheiße. Genau. Mehr als das sagen, wenn ich wäre. Genau. Oh Gott. Schon nachgeladen, bin wir da. Ist er gekommen. Ja, um. Will man das wissen? Ja. Hast du gehört eben. Egal. Schau rein, Radler. Bis zum nächsten Mal. Radler geht schon. Der findet das so furchtbar hier. Wieder ist er neben. Kann ich nachvollziehen. Also. Wie kannst du denn? Du machst du ganz weit mit hier. Kann ich nachvollziehen? Das heißt nicht, dass ich das gut heißt. Ja, ist klar, Alter. Immer ruf, immer ruf. Lachen, lachen. Oh Mann. Ey, lachen heißt nicht, dass ich das gut finde, was wir hier machen. Achso. Ich auch nicht. Ich finde das furchtbar. Ich wollte hier professionellen Schiff vorstellen. Aber ich. Hier, hier. Bist du gerade auf Facebook? Die Runde fängt schon an, Krom. Okay. Wie läuft es eigentlich bei Farmville, Krom? Einmal habe ich nicht mehr. Ich spiele auch kein Spiel mehr. Da gibt es jetzt Zombies. Nee, du spielst keine Spiele mehr. Ja, Mensch. Handyspiele. Achso. Nicht mehr so intensiv. Na komm. Heftig noch rüber. Scheiß, warum der noch abfackelt, damit der nicht mal durchbrennt? Kein Damage. Durchschlag und Abbraller. Cool. Ach, Leute. Ach, Leute. Das soll hier heute nicht sein. Hier ist gestern hinten die Drexiyu Yang, mit den tiefen Tops. Die ersten drei Runden liefen super. Dann wolltest du T10 spielen. Ja, das stimmt. Gestern lief das auf T10 auch alles super. Muss an euch liegen. Gestern lief super. Fast alles gewonnen. 7.8. Schön. Katze, 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 Katze. Katze, Katze, Katze. Katze, 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 Katze. Katze, 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 Katze. Also, du spielst Konkler, was jammerst du denn? Katze, 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 Katze. Katze, Katze, Katze. Ich habe einen tiefen Torben gefressen. Die waren lange auf und hätt's ausweichen können. Hab ich nicht gesehen. Ja, weil du bloß aufs Handy glockst. Die ganze Zeit. Ich mach' ich überhaupt nicht. Ich bin völlig dabei. Ich rette dich. Du rettest nicht. Du rammst mich. Das ist doch das Gleiche. Wenn du jetzt rückwählst, ich fände dich gleich wie er vorwärts. Bam. Du musst auch rechts einlenken, Krom. Wir fahren da nicht rum. Lenk rechts ein. Nein, mach' ich nicht. Wir fahren da nicht rum. Kann ich nicht wegdrehen, weil ich hier rum acht. Du drehst weg. Aha. So kann ich gestern nicht klarer machen. Ich schieb dich da gleich an die Insel ran. Ich nur rier den einfach aus. Nee, hör auf. Nee, jetzt mal erst ab. Was macht ihr da? Der Krom soll der rechts einlenken, weil der schwachsinnig ist, der hier zu fahren. Ich riech doch lenk ein. Ich riech doch lenk ein. Ich verstehe. Guck mal. Jetzt ist schön. Jetzt ist schön. Affa hat verstanden. Erstmal rechts einrichten, ne? Ja, ja, wir kennen es nicht. Rechts einrichten, ja, genau. Rechts, rum. Aua, aua, aua. Und da bist du belohnt. 1700, durchschlag. 9000 auf die Kreml im Tor. Oh, geil. Schön, hier. Ich bin raus. Oh. Eieieiei. Ne, gut. Nice. Haben wir gut gemacht, Krom. Du Geister. Ja, ne? Feind abgeleckt. Ja, ihr habt die Ablenkung. Genau. Ich kenne mich aber völlig verwirrend. Was machen die Affen da? So dämlich, das habe ich ja noch nie gesehen. So. Aber, Krom, ich habe dich jetzt vor der Yu-Yang gerettet. Lenk jetzt nicht links ein. Du musst sie da hinten jetzt beschießen. Ja, genau da. Guck, der blinkt da sogar schon. Mach ich doch, sag mal. Ja, aber du hast schon wieder eingelenkt. Ich wollte mich ja nicht eingelenkt haben. Scheiße, ey. Das ist zum Kotz mit diesem Zwillingstürm. Ich treffe überhaupt nichts. Y. Da kommt sie lohnen. Da kommt, da kommt. Oh, 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 oh. N' Ofo. N' Ofo. N' Ofoos. N' Ofoos. Oh, God. Den kennst du nicht, Alter. Ich glaube, das wird die beste und die schlechteste Schöpfung vorstellen. Ja, ich glaube auch. Die letzte, die richtige. Krom, stirb nebenbei. Ah, F-Tausen. Killer. Der ist immer noch hier. Mann, hau ab, Mann. Lass mich in Ruhe. Nein. Jetzt fährst du wenigstens mal vernünftig. Wir kontern die jetzt da drüben, die da hochkommen. Von wegen Gynhün. Wir kontern, genau. Wir sind ja auch ein Konteradmiral. Content. Content, alle. Content und Content. Und ich bin ein Containerschiff. Containerschiff, genau. Oh, 7000. Und nochmal 1100 auf die Steering. Schönes Ding. Ja, Stealschiff. Bisschen Stalingrad. Ah, die wurde gestohlen. Die war ja auch teuer, ne? Ja. Kann man schon verstehen, warum sie geklaut wird. Alter, was sind die jetzt hier kaputt? Und was ist denn? Feuer. Was ist denn Feuer? Da wieder. Oh, 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 oh. Kommt wieder. Oh, oh, oh. Oh, wo ist das? Jawohl. Oh, 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 oh. Alter. Ja, andere Zizier sagen, Schiff ist doof. Ja, wir machen unser ganz eigenes Vollstil. Professionell. Genau das hast du angekündigt. Ja, genau das. Es sind noch nicht mehr acht Minuten seit deinem Kommentar. Ja, in der vierten Runde gleich was da. Dann wirds alles anders. Oh, oh, oh. Wir liegen vorbei, liegen vorbei. Oh, oh kommt auch wieder. Hast du gesehen? Da Ring ist offen. Da Ring. Da Ring, Da Ring, Da Ring hab ich schon so ordentlich rein geknackt. Oh, 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 oh. Ja, oh, oh, kommt wieder. Oh, oh. Oh, ist Radar. Der Wing ist Radar. Ich seh die Flieger. Auf die Der Wing. Sie sind oben, sie sind oben. Oh, der hat abgesetzt. Der hat abgesetzt. Der hat abgesetzt, Alter. Oh Gott. Na Leute wollt ihr ne Mod mit unseren Ansagen hier? Genau, Alarm fehlt noch. Alarm! 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 Alle unsere Schiffe verteidigen den Kreis. Na ja. Da, ja, Sandra. 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 Dedeedeedeedeede. Sandra. Hörer. Das ist noch einer. Die Left-Shine. Ich hoffe wieder Torps. Bremsung! 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 Einfressig! Ich nicht. Ich hab rechtzeitig Bremsing gemacht. Davor hast du. Komm wir sehen vorderste Front hier. Wir müssen hier weg. Mach ich auch. Wir müssen hier weg. Wo siehst du? Fahr doch rückwärts, man. BOOM! URRRGH! Alter, guck! Schickis Board. Was ist das? Du fahr rückwärts jetzt. Was macht ihr denn da? Alter! Jo! Was machst du denn hier? Boah! Wo ziehst du denn rum? Fahr doch rückwärts, man. Wie hier ist doch einer. Ihr seid echt besorgen. Da sind es zwei DDs, die uns toppen. Hau ab jetzt! Guck mal, jetzt werde ich gleich wegen dir beschossen. Ja toll, jetzt bin ich tot wegen dir. Ja, schieß doch. Ja? Nee. Muschi, ich trau es sich nicht. Nee. Guck mal, der ist fast tot. Oh, ich könnte ja so schön schießen. Mach doch. Schieß doch einfach. Warum hast du denn so rumgezogen? Weil da DDs sind neben uns. Wie oft denn noch? Oh Gott. Ich brenne schon wieder, Alter. Da guckt die Yu-Yang. Da ist die Yu-Yang, geh mal an. Bin drauf. Bin drauf, geh drauf. Danere, 5-1 für dich. Auf wen? Yu-Yang, komm. Auf wen? Mann, die Yu-Yang, wie du angesagt hast. Turn, die Yu-Yang. Boah, ist drunk. Ich bin verwirrt, dass du auf den Dich geschießt. Mit dem Slat. Nee, ich hab nix. Da war nirgends sonst nix. Ich hab vor 8000 Dämmels auf 13 Kilometer geballert. Hast du den Chat im Spiel? Na, komm, komm mal. Hast du gesehen? Zack, so. Ja, holler. Ja, ja. Schieß da nicht drauf. Habt ihr den In-Yang im Chat gelesen eigentlich? Nö. Hey, TK, ihr Lappen. Mag eure Streams? Alles klar. Ihr schießt jetzt bitte. OOOOOOOOH, EURENGRIFF! Wir drücken die Taste! Das ist alles. Hö, hö. Aua. Öfos. Nee. Öfos. Wuuu. Ohfos, Mann, das. Ohfos. Komm schon wieder der Torpedo. Ausweichen. Ohfos, genau. Ohfos, komm. Ach, auf einmal machen die Torpedos Schaden, wa? Ich sag ja, wir lassen wegfahren. Ist ja vorbeigegangen. Wir machen schon die ganze Zeit Schaden. Der Herr wollte ja da unbedingt gleich reinfahren. Wer ist denn ganz vorne? Ich. Ein V4. Bin ich doch. Bin hier. Aua. Aua, aua, aua. Bin hier. Wo bist du hier? Warum fahrt ihr da jetzt lang? Ja, weil hier Sandra ist. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Warum fahrt ihr da jetzt lang? Sander. Was willst du hier jetzt von uns, Nere? Ja, was willst du? Wir sind Profi schnell, Junge. Profi schnell? Wie alt? Profi schnell. Aua. Oh, oh, oh. Ha. Kann ich mal heilen und nichts. Alter. Nein, das war's. Jetzt sterbe ich mit dir, Nere. Mann. Ich kriege. Ich hab mich festgefahren. Siehst du? Alter, war dein Team. Der hol ich mir. Komm her, Sandra. Du siehst du nicht. Ja, natürlich brich an drei Stellen. Leck mich an den Tiefkimmer, Alter. Spinnst du? Ich hab er hielten, Alter. Ist klar, Alter. Ich soll auch noch schießen. Mach mal langsam. Hör auf. Ja, ho. Ich. Oh, Alter. Ja, rappen, so. Ah, ich brenne wieder. Ich darf nicht brennen. Uh. Aua, au, au, au. Oh, mein echt, was ist das? Wo bin ich ein Kackschiff? Hammerschiff? Na, siehst du, geht doch. Die können ja auch die Spielen. Ah. Ja, ja, Tops kommen hier auch gleich. Die Terps kommen hier auch gleich. Oh Gott, oh Gott, Leute. Was war das denn hier? Was? Eine Runde. Ja, ja, ja. Komm ich mal. Als ob der die noch da abwerfen konnte. Ja, na klar. Aber ich war ich aus. Genau, Lücke, Alter. Ich hab die Akuju verfehlt. Die Steep. Die haben... Nee, nee. Oh, Blödsinn, Gefährt. Die Steep. Gefährt. Nein, hab ich nicht. Aua, aua, aua. Irgendwo, wie völlig ignoriert. Was ist das da eigentlich? Was pippt man mich da? Das ist Smellend. Smellend. Alter, Alter. Ich gucke hier immer auf mein Stream Deck und denke so, die Zuschauerzahlen, die brechen die im Moment weg. Ich will mal mehr, Leute. Ihr seid cool, Leute. Ihr seid cool. Ihr seid cool, dass ihr hier mitlachen könnt. Einer ist bestimmt auch da, der meckert die ganze Zeit. Wir können die bloßen, Schöpfe, dass sie gerade betont. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. Dürfte ich diesen CV da jetzt auch mal irgendwie ein bisschen richtig beschädigen? Komm, die 100k will ich noch knacken hier. Komm. Ich habe eins. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich gebe auch alles. Ach Gott, meine Augenträne, ey. Ich habe mir schon fast Wein hier verlassen. Scheiße. Du stirb endlich, du Luftradde. Ne, geht doch. Und ich werde unsichtbar. Gleich. Scheiße, der hat seine Bomber noch losgeschickt. Fliescher raus. Nicht abfackeln, nicht abfackeln, nicht abfackeln, nicht abfackeln. Nicht abfackeln, nicht abfackeln. Der trifft natürlich auch perfekt. Was haben die Leute bloß immer für ein Aiming? Ey, das ist Wahnsinn. Genau. Reckenschwimmenbreitseite und dann. Du, die lachen nicht beim Schießen. Genau. Immer so verrangelt. Unser CV ist auch gestorben. Ernsthaft? Wie ist denn jetzt unser CV gestorben? Äh, direkt neben ihm auf 6 Kilometer stand eine Venetia, die wir alle durchgessen haben. Dann haben wir den noch irgendwie versucht zu töten. Das hat ganz knapp geklappt. Er hat noch 2 in der Gegend. Ich verstehe. Ich verstehe. Kriege ich meine Schüsse noch? Ja, die sind unterwegs. Oh, der geht rein. Oh, 7, 3. 2, 9 hat er noch. Schön. I, I, I. Oh, 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 oh. Äh, oh, oh. Oh, Fuss. Einen abgeschossen. Und einen wirft dann ab. Und der fackelt mich ab. Pass auf, der eine. Der eine. Nee. Oh. Er konnte nicht mal einen mehr abfeuern. Wahnsinn. Äh. Irgendwo da. Irgendwo da. Tja, den Bock. Deine Chance hat es. GG. Los, hol ihn dir noch. Nee, alles daneben. Oh doch, ein Treffer. Abprallert. 510 Millimeter, meine Freunde. 510 Millimeter. Geben wir jetzt mit unseren Geschützern an. Na klar. 6 Rohre. 6 Rohre, Alter. 3 Türme. 830 Millimeter. 3 Türme. 6 Rohre. Komm schon. Oh, mir ist schon wieder ein Abpraller. Ach komm, hör doch auf. So ein Scheiß. Oh Mann. Hi, Kratos. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Gegrüßt. Miegel. 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 Liebe der Videos. Miegel. Grüße zurück. Wir sehen nichts mehr. Die D. Wir sehen nichts mehr. Kannst dir sagen, auch wenn du ein Flugzeugträger bist. Liebe Grüße. Siegfried. Siegfried. Siegfried von Zanden. Oh, je, je, je. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Nette Schiff. Ich weiß. Vier Runden. Die erste. Drei. Drei Runden. Drei. Drei Runden. Immer nicht übertreiben hier. Aber professionell war das nicht. Nee, war es auch nicht. Wir werden sie wahrscheinlich in nächster Zeit noch ein paar Mal spielen. Mal gucken, ob wir da mal ein bisschen was rauskriegen. Das ist Shiki Shima. What a piece of crap. I know you can comment on what it is. Nee, nee, ich schreib gar nicht. Erfasst doch mal alles zusammen zum Schluss. Objektiv gesehen ein interessantes Kommentar. Für uns zusammen. Das ist gescheuert, Alter. Das passt ja richtig zu der Runde, ey. Nicht nur zu der Runde. Nicht nur zu der. So, Erz, mach mal das. Alter. Wie heißt der? Ich kann's gar nicht liegen. Müssen wir gleich mal loben, ey. Ja. Komm, Zwicklere. Erz, ja, fast. Die Venezia. Ah, guck. Venezia. Erstmal loben. Direkt loben. Nee, finde ich ja voll unkorrekt, was er da geschrieben hat. Ugo da ist er, Ugo da. Ah, herrlich, Leute. Arrr. Da ist er. Er ist offen. Ja, ja, ich hatte schon geschossen. Achso. Oh, komm, da kommt diese Albe. Und? Und? Äh? Schade, Leute. Kraken fast noch erreicht, aber die Zeit läuft ab. Oh Gott. Da wäre er gewesen, Leute. Da kommt mein Kraken. Da wäre mein Kraken gewesen jetzt. Da die Mummel wäre voll reingegangen. Zeit hat nicht mehr. Schade. Go, ne? Fast ein Kraken. Über 100 Grad Damage. Nur T-10 Schlagschiff. Standard. Ah. Nette Runde. 1,5 Millionen Credits. Ist das die nächste Missouri? Nein, das ist bloß ein Auftrag, den ich fertig gemacht habe. Also laut der Vinicius ist es Peace of Crime. Guckt euch an. 2.368 Grunde P. Boah. Juhu. Juhu. Boah, Hammerhunde. Oh Gott. Warum auch immer wir das gefunden haben. Gott, haben die gegessen. Ja, haben die ja wohl, ne? Guck mal, wie wir zusammen agiert haben. Das ist doch logisch. Ich habe mir nicht einmal gesehen in der Runde. Bisschen durch war ich auf 8 Kilometer, war ich ran. Ja, immerhin, immerhin. Juhu, juhu. Alter, 21 Flieger abgeschossen. Nächste CCV-N-Boss-Schi-Schi-Schi. Oh, ich werde hier Titel rauskloppen. Da könnt ihr drauf freuen. Und ich meine, dafür habt ihr super zusammengespielt, ne? Juhu. Also für alle, ne? Wenn jetzt ihr bei anderen CCs irgendwas guckt, uns haben wir ja den ganzen Abend überzeugt geschrieben, andere CCs sagen, die ist kacke. Schreibt bitte, Team Krado findet die okay. Alles klar? Okay. Haben wir das auch verstanden. Bewertung da, lass nicht vergessen. Fleißig kommentieren. Bitte nicht alles zu ernst nehmen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mehr ohne als key. Ganz genau. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018